Vielleicht kommen wir hier durch. Ja, das lief ja toll. Sorry, ich meine nicht. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Oh, scheiße. Sie kommen! Ich weiß! Okay, gut, 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 okay. Du hast da was am Schuh. Ekelig. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Ja, das ist Ihre Meinung. Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gewissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, Biss zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Was ist das? Okay. Okay. Tess Tess Ah Tess 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 Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Wow. Oh, Mist. Okay, aufpassen. Schnee. Los, los, los. Ich lebe. Ich werde außenrum gehen. Wir sind hier. Tess. Renn, renn. Scheiße. Tess. 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 Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Tess! Tess! Scheiße! Tess! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020